Wenn man bei der Bombe hier drückt, dann geht sie an. Heilige quadratisch befruchtete Dreiecksbeleuchtung, schmeiß die weg! Mein Auto! Nein, 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 nein! Oh je, so sterb ich doch an Fallgeschwindigkeitsüberschreitung. Ah, Matsch! Heiliger, der Himmel schmeißt mit Menschen nach mir. Oh nein. Heiße Geister! Siehst du, was passiert, wenn du mit Bomben spielst? Ich hab noch so eine. Wenn man bei der Bombe hier drückt, dann geht sie an. Ja, ihr Wampi-Jampampamp, schmeißt das weg! Ich kann echt nicht glauben, dass ich das überlebt habe. Warten, nein! Wer verkauft hier sowas überhaupt? Spielzeugladen. Guck mal, ich hab sogar noch so eine.